Zum nächsten Tag muss ich noch was sagen, wer von euch, ja, ich muss anders umfragen, ich wollte gerade sagen, wer von euch kennt die 80er? Ihr seid ja alle schon alt, also so ich, meine ich, die ganze alte Fische, doch. Also, wir haben nämlich vorhin in der Backstage gesagt, zu der Carina, ob sie noch Video 2000 kennt. Die Kassette, die dicke Kassette, kennt sie nicht, da war es nämlich noch flüssig, da war es schon noch flüssig. Auf jeden Fall gab es damals Rockpalast, nee, falsch, Rockpalast ist falsch, weg, vergessen. Ohne Filter, SWR, kennt ihr das ohne Filter? Die kennen das alle nicht, da ist es. Toll, ihr kennt es, oder? Frank Laufenberg, ihr kennt das noch, ne? Sensationell. Und damals war Shanga Pan dort, live, mit Snuffy Walton, Michael Ruff, mit den ganzen geilen Typen, also wie heute Abend auch, ja, hier, ganze geile Typen, alle auf der Bühne. Und auf jeden Fall spielen wir ja jetzt einen Song, das ist, ich würde sagen, der Band, ja, ist schon unser Lieblingssong, oder? Nee, ne? Doch, ja, komm, also, es ist meiner, ich wollte jetzt sagen, meiner, guter sein, es ist mein Lieblingssong, ne? I Feel For You, ja? Es ist so ein geiler Song, Leute, und da müsst ihr jetzt abgehen, da müsst ihr ja Ekstase erwarten wir jetzt, ja? Also, Mädels, ausklippen, ne? Schreit wie bei Zalando. Macht den Alarm, okay? Hit it! Let me rock it, let me rock it, let me rock it, let me rock it, that's all I wanna do. Let me rock it, 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 let Musik 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 Like Musik 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 I think I love you. What? I feel for you. I feel for you. Give it up for Karina y'all. I think I love you. I feel for you. I think I love you. I feel for you. I think I love you. Oh, I feel for you. Yeah, yeah. I think I love you. Oh, I feel for you. I feel for you. Uh-huh, you got it, all right. Yeah, Karina. Karina and Hollis. Vielen Dank.